Ja, es ist das gleiche wie Anfang des Jahres oder auch Ende letzten Jahres, dass ich immer erwartet habe, oh, heute kommt schon ein neues Ben & Jerry, weil ich immer den Tag weiß eigentlich, an dem mein Händler das neue Ben & Jerry bekommt. Denn ihr wisst ja, das Sweet Home Honeycomb oder Honeycomb, Sweet Home Honeycomb, was auch immer das heißt, das wird jetzt bald rauskommen und immer wenn ich dann an diesem Tag hoffe, dass es kommt und dann kommt es nicht, brauche ich ein anderes Eis. Ist aber nicht so schlimm, denn wie ihr wisst, also ich bin jetzt, doch, ich bin enttäuscht, weil ich mich darauf gefreut habe. Ja, doch, ich bin sehr traurig, aber etwas weniger traurig, weil ich dafür mir ein Cremissimo geholt habe, was ich auch schon lange mal probieren wollte, und zwar das Cremissimo Heidelbeer Traum. Im Gegensatz zu den Schoko, Nuss und ähnlichen Sachen, die ich lieber mag, Karamell und so weiter, also hauptsächlich vanillig, esse ich eigentlich oft ganz gerne mit Keksen und so ein Kram. Hier mal was etwas Fruchtigeres mit Heidelbeeren. Was da wäre? Fruchtiges Eis mit Heidelbeeren und Eis mit zarter Vanillenote, mit Heidelbeersauce und knackigen Schokoladenherzen, welche da wohl diese da oben wären. Herzen sind wichtig, Herzen assoziieren Liebe und Liebe brauchen wir alle, damit wir glücklich sind. Ach ja, das Eis hat 900 Milliliter, hat 500 Gramm Inhalt, also viel Luftzuschlag, ich wiederhole mich, aber so ist es nun mal bei Cremissimo. Kostet regulär 3,30 im Angebot für 1,88 im Kaufland gekauft. Meistens kriegt man es aber auch, zahlt man es 2 Euro im Angebot. Ja, Eis mit Vanillegeschmack, achso, Eis mit Vanillegeschmack, Eis mit Vanillegeschmack, Eis mit Vanillegeschmack, Eis mit Vanillegeschmack, Eis mit Vanillegeschmack und dann eine andere, die dann für diese Sorte spezifisch ist. 14% Heidelbeersauce, das übliche und weiße und dunkle Schokoladenherzen, pro billige 1,5%. Die Zutaten, entrammte Milch, was ist übrigens entrammte Milch? Entrammte Milch ist quasi die Milch, die 0,3% Fett hat. So, wo kriegen wir das Fett in dem Eis jetzt wieder her? Durch Kokosfett, das ist nämlich billiger in der Herstellung. Das ist ja doch oft das, was kritisiert wird, dass eben in Eis kein Milchfett mehr drin ist. Das Milchfett ist teuer, das seht ihr daran, dass ihr den Butterpreis seht. Der Butterpreis ist hoch oder Butter ist teurer, das ist eben das Milchfett. Das nimmt man hier raus, macht daraus dann Butter und damit man hier aber trotzdem Fett hat, macht man Kokosfett rein. Heidelbeerpüree, 3,5% Heidelbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat, also insgesamt ungefähr 6% Heilbeeren. Kakaobutter für die Schokodinger und so weiter sind auch drin, gemacht von Unilever. Ja, kalorientechnisch ein etwas niedriger angesiedeltes Cremissimo, was man an dem Fett galt von 6,5 Gramm seht. Zuletzt hatte ich das kalte Hund, das hatte knapp 9 und das hatte dann auch knapp 210 Kalorien. Kohlenhydrate mit 31, Cremissimo typisch, mal wieder etwas höher. Oh, ich habe vergessen hier noch ein Foto von zu machen, falls ich hier einen Artikel schreibe. So, gemacht. Gut, werde ich jetzt hier mal aufmachen, werde mir ein bisschen was wegnehmen, denn ich habe noch von meinem Geburtstag eine geile Roulade von meiner Mutter und die werde ich gleich genießen. Das ist jetzt nur die Frustportion Eis, an der ich mich nicht satt essen möchte, bevor die Roulade kommt. Und ich muss aber sagen, ich bin mal wieder sehr begeistert. Ich habe neulich eine Diskussion darüber angefangen, wie man das Ganze hier nennen soll. Das sternförmig angeordnete Eis hier oben drauf sieht sehr gut aus. Oh, was ich auch gerade sehr interessant finde ist, wenn wir hier so gucken, dass wir hier wirklich so kleine Heidelbeerpüree-Stückchen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. In der Soße hier, wo jetzt mal ein Löffel ist. Ist also nicht ganz so glatt, sage ich jetzt mal. Aber auch Eiskristalle kann man sehen, was an dem Wassergehalt liegt. Aber diese Kombination von dem hellen Eis und dem roten Eis sieht ein bisschen weibisch aus. Nichts gegen Weiber, Weiber sind toll, aber es sieht halt so ein bisschen weiblich aus, das Eis. Dazu die kleinen Herzchen, sieht soweit eigentlich ganz nice aus. Gucken wir, ob es auch nach Blaubeere riecht. Ja, riecht gut nach Blaubeere oder Heidelbeere. Blaubeeren sind die großen, Heidelbeeren sind die kleinen. Und Heidelbeeren sind eigentlich die teuren. Wobei hier auf dem Foto meine ich eine Blaubeere ist. Heidelbeeren müssten kleine? Ich weiß es nicht genau. Ich potze neben mir was weg, melde mich gleich wieder. Mit diesem Anblick lasse ich euch erstmal da, bzw. ich müsste einmal noch kurz ein Foto machen von meinem Blog. Ich mache nämlich inzwischen nicht mehr so quasi das Video ganz abbrechen, weil da muss ich es nachher mal mühselig zusammenschneiden. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen drücke ich nur auf Stopp. Kann dann aber gleichzeitig nicht die reguläre Fotofunktion des Telefons nehmen. Übrigens jetzt wieder in 4K. Ich stehe für Qualität 4K. Ist es übrigens doch wieder ein Galaxy S7, das S8, das war defekt. Und dann habe ich mir gedacht, Samsung, wenn du nur Scheiße bauen kannst, dann steck dir dein neues Telefon in den Arsch. Ich nehme mein altes wieder, was jetzt repariert wurde. Sehr laienhaft zwar, aber es wurde repariert. Kostet ja nichts. Scheiß drauf. 700 Euro Telefon. Musst nie lange halten. Bis gleich. So, hier kann man es jetzt auch sehr gut sehen, dass das Eis quasi zweigeteilt ist. Ich meine, das sahen wir ja schon an den Farben oben, dass wir hier eben dieses Eis Himbeere haben oder Heidelbeere. Himbeere, Heidelbeere. Und hier das Eis Vanille, was überhaupt nicht nach Vanille aussieht. Obendrauf die Schokodinger und so weiter. Tja, es könnte sehr lecker werden. Guter Tipp ist, wie gesagt, immer habe ich auch schon ein paar Mal wiederholt. Nur ich weiß ja nicht. Ich würde mal gerne wissen, wer von euch wirklich sich jedes Video von mir anguckt. Das finde ich gut. Ich meine, es ist ja wirklich eine Community. Ich mache das Ganze für mich, weil es Spaß macht. Ich mache das Ganze aber auch für euch. Ihr wisst ja auch, ihr dürft euch immer etwas wünschen, was ich testen soll. Es muss auch nicht immer Eis sein. Wenn es irgendwie nicht total teuer nur über das Internet zu beziehen ist, mache ich das gerne. Ansonsten könnt ihr mir das auch schicken. Dann teste ich das auch gerne. Ihr müsst halt überlegen, ich bin ja nicht dafür da, um irgendwie das Geld auszugeben, was ihr nicht ausgeben wollt. Also, ich bin nicht blöd. Und von daher ist es ja auch für euch, was ich hier mache. Und deswegen könnt ihr immer gerne da mit mir kommunizieren. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, da ich nicht weiß, ob ihr eben alle Videos gesehen habt. Guter Tipp ist immer, wenn ihr euch etwas apportioniert, dass ihr das Eis, übrigens eine Ben & Jerry Schüssel, Blasphemie, und hier ist noch ein Schokofleck, dass ihr die Eisschüssel vorher ins Eisfach tut, gerade bei Eis wie Cremissimo, weil das schmilzt sehr schnell, wenn es eine warme Schüssel drankommt. So, jetzt will ich aber mir jetzt Eis probieren mal, obwohl es noch nicht so ganz angetaut ist. Deswegen fangen wir hier einfach mal mit den Herzen an. Die schmecken ganz bestimmt nicht nach Schokolade. Knackig. Sehr dünne Schokolade, aber natürlich kaum wahrnehmbar. Viel zu klein. Ich überlege jetzt direkt, dass es irgendwie vielleicht geiler gewesen wäre, wenn man Himbeereis genommen hätte. Joghurteis mit Blaubeeren. Das wäre vielleicht so sehr fruchtig gewesen. Wer weiß. So, hier oben, bekanntermaßen, taucht das recht gut an. Besonders hier am Rand auch. Da wollen wir mal ein Löffelchen probieren. Es schmilzt wieder sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Wer weiß, wie intensiv schmeckt es nicht. Aber ich bin auch sowieso ein bisschen sehr empfindsam. Ich glaube, ich schmecke nicht besonders gut. Bei mir ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber ich schmecke deutlich die Blaubeere. Falls ich nochmal Himbeere sage, aus Versehen meine ich Blaubeere. Das Vanille, da könnt ihr mir wirklich mal in den Kommentar schreiben. Also wie gesagt, ich mag sein, dass es Leute gibt, die besser schmecken können als ich. Nein, ich habe keinen Alkoholmissbrauch betrieben oder sonstige Drogen genommen, die meine Geschmacksnerven vielleicht zerstört haben. Ich finde, das Cremissimo-Eis schmeckt wirklich fast nie nach Vanille. Außer man kauft wirklich das pure Cremissimo-Vanille. Aber ich schreibe mir immer drauf, bei diesen gemischten Sorten, ja, Vanille-Eis mit, Wahnsinn, Vanille-Eis mit, Schoko, Vanille-Eis mit, Schatze, Vanille-Eis mit, hier wie Himbele. Ich finde, das schmeckt nie nach Vanille, ohne Scheiß. Also, das mit den Herzchen, das ist eigentlich wirklich cool, weil die wirklich so klein sind, so hat man immer viele im Mund und hat viele kleine Knackeffekte. Also dumm ist halt nur, dass das einfach viel zu wenig wieder ist. Wie immer. Ich versuche jetzt mal hier, immer nur die Vanille zu isolieren. Nö, ich meine nein. Und jetzt kommt das Geilste, was ich bei Cremissimo immer liebe. Und wenn es am Boden etwas angetaut ist, dass man dann hier diesen wunderbaren Schmelz runterkratzen kann. Oh ja, lecker. Schmeckt wirklich gut nach Blaubeere so auch. Nicht nach Vanille, aber nach Blaubeere. Mh. Das Schmelz ist toll. Man sieht jetzt hier auch, dass im Eis diese Soße auch verarbeitet ist, wobei sie jetzt nicht so saucig-flüssig ist, sondern halt eher so, ja, keine Ahnung, gefrorene Soße. Also das ist wirklich toll. Das esse ich immer gerne. Ich finde auch, wir hätten eigentlich auch ein paar Blaubeeren reinhauen können, oder? Da sieht man nochmal gut was von der Soße. Muss ich mal hier eben da drin. Aber so dicke Bunker findet man nicht. Aber schmeckt das Eis. Ist deutlich sommerlicher als andere Cremissimus. Ist halt auch leichter, ne? Sieht man auch in weniger Fett. Ist aber halt von einer Geschmackskomposition natürlich auch, ja, sommerlicher Blaubeere. Ich habe mir jetzt hier noch eine kleine Verbesserung mitgebracht. Für alle, die unter 18 sind. Ich sage euch nicht, was das ist. Mal gucken, wie das schmeckt. Das ist hier, Milch ist das. Das macht das Eis noch gleich viel besser. Lecker. Also das, was ich hier drauf getan habe, das passt sehr gut zum Eis. Wobei ich jetzt das natürlich nicht in die Bewertung des Eises einfließen lassen kann und will. Das Eis schmeckt mir gut. Es schmeckt gut nach Blaubeere. Vanille ist nicht da. Es ist wie jedes Mal wunderbar schmelzig. Der ist cremig. Das ist gut. Das Video könnt ihr gleich abbrechen. Von daher sage ich jetzt schon mal, bevor ich weiter labere, ich gebe dem Eis eine 3+, glaube ich.